Komm, fülle das aus jetzt jetzt noch. Ich will hier nicht in so einer verrotteten, halbweg gesprengten Ecke wohnen. Keine Erde mehr. Ah, das ist eine Spinne. Okay, ich baue ja irgendwann noch meinen... Irgendwann habe ich Erde genug. So, so einfach ist das. Ne, eingelagert, aber keine. Tür zu. Und da wird jetzt ja immer eine Runde gechillt. Ich kann nicht essen, wenn man auf die Kiste drückt. Wir müssen auch in 8, da habe ich keine Kohle mehr drin. Okay, dann machen wir jetzt... ...einen Kohle-Fock. Ach ja, genau. Ein Kohle-Fock ist ja nur eine neue Kohle. Ich kann es vergessen. Oh, ein paar mehr. Hälfte rein. Brennen. Brennen. Oh Gott. Ist aber auch mal ein schlechter Tag für Witze. Steine, nehme ich mal alle mit. Ach, da haben wir noch Eisen. Jetzt können wir einladen. Faden können wir einladen. Kies haben wir jetzt auch wieder Platz für. Kies haben wir jetzt auch wieder Platz für. Pfeile. So. Steine haben wir. Und... Bisschen Kohle. Ah, genau. Genau. Hier, äh, äh. Spitzhacken. Steinspitzhacken. Oh, geil, da draußen ist ein Hexel. Komm her, du Schlampe. Oh, die hat mich vergiftet. Ja, wieder gemäht habe ich die. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man an einem Gift nicht sterben kann. Ich hoffe, es stimmt. Ich weiß aber nicht, wie es aufs Schwerer ist. Oh, es hat aufgehört. Ne, es macht weiter, okay. Ah, jetzt bin ich wieder. Haha, bin schon gerollt. Und ich habe die Hexe getötet und die hat unglaublich coole Sachen gedroppt. Nichts. Geil. Oder ein Pfeil vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe einen Pfeil. Zwei Knochen und ein Seil oder so. Aber das ist einfach eine Spinne. Das ist ja cool. Hat es sich ja voll gelohnt, die Hexe zu töten. Na ja. Kann halt nicht alles haben, ne? Hm. Man kann halt nicht alles haben. So, was machen wir jetzt hier noch? Ach, ich habe da irgendwie die Hacke mit dem Schwerd getauscht. Kann das sein. Auf jeden Fall müssen wir demnächst mal ein Feld anlegen. Ich denke nämlich, wir werden jetzt gleich mal die ganze Partie beenden. Ob das schon recht spät ist. Und dann ist das ganz schön. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zuck Die packen wir da weg Sagen wir mal eben ein bisschen Erde Können wir in vorne aber wegschippen So viel brauche ich ja jetzt nicht mehr Sieben Stück, das reicht auch Zuck, wird aufgeschüttet Sehr schön Ooooooh Ja Ziehen uns immer eine Kartoffel rein Oh Noch mehr Eisen Achso, da können wir ja das Herz nicht dazu legen Können wir das machen auch gerne, dann wachten wir das nicht noch mal ab Sind eigentlich noch alle da? Ja Nicht, dass ich hier gucken würde, um jetzt irgendwas zu klauen Ich seh nur grad keinen, deswegen Weiß ich Hat das den Sinn, warum die Stange da am Netaportal sind? So, dass es eine Sicherung ist? Achso, das soll bestimmt damit da keiner durchkommen, oder? Weiß ich nicht, schreib's nicht Ich bin ja nicht so Tricky veranlagt Ich brauch eine Glastür, das wär cool Wann gibt's Glastür eigentlich noch nicht? Das wär doch mal was Eine Glastür für den Ja Ja, das könnte was Da müssen wir uns ja eine gute Drehgelegen, ne? Ich könnte jetzt theoretisch auch ein wichtiges Haus bauen Aber Ich will eigentlich gar nicht raus bei den beiden Genau, und das ist sicher, dass ich da gerne hätte Oh, eins Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Neun muss reichen Oh mein Gott, das ist nämlich besser als bei Nee, 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 nee Zehn Ja, zehn, würdet wohl tun, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Und zehn Und wo wären wir da hin? Warum die Tür? Dann machen wir's hier Elf Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht, neun, zehn Oh nein, da müssen wir doch nie wieder ausfahren Und, ah, da hört nicht der Regen auf Gott sei Dank Na, was ist das für Unkraut hier? Weg Weg, 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 weg Ja, Fundament bauen wir auf jeden Fall aus Stein Wir sind da ja ordentlich, wir bauen immer ein Fundament Ich zumindest Der würde jetzt einfach wieder auf die Erde rotzen wahrscheinlich Nein, wir müssen mit deutscher Gründlichkeit rangehen, natürlich, ist doch klar So, dann würde ich hier nämlich die Tür bauen irgendwo Doppeltür Doppeltür Ja, 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 das ist eine gute Idee Und Wobei Ich hab' ne gute Idee, glaub' ich Eins Eins Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Eins, zwei, drei, neun, eins, zwei Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Ne Waren nur zehn Haben wir uns gezählt So Ah Wir bauen das PW Play Doppelhaus Das ist ne gute Idee Da hat jeder sein eigenes Haus und trotzdem bauen wir in einem Sensationell Wie ich diese Idee wieder verarbeiten konnte Unglaublich Birkenholz, Birkenholz, Birkenholz Aber Den Großteil des Hauses werden wir trotzdem natürlich erst beim nächsten Mal bauen Also beim nächsten Mal, in der nächsten Session In der nächsten Folge ist eher unwahrscheinlich, denn Wobei, von jetzt angesehen könnte es in der nächsten Folge sein Zumindest der Anfang Der Anfang des Super Gebäudes Wo ich aber noch keine Ahnung habe In welche Richtung ich da gerne gehen würde Wir bauen ja wie gesagt normalerweise immer gerne mit Holz Weil es ganz schön aussieht Ob wir das beibehalten, weiß ich aber nicht So ein bisschen, ich geh mal glaube ich da gerade nach da hinten Ich glaube das ist relativ ähnlich, nicht wie der Herr Weber das gebaut hat Hier rechts Das ist ja aus Stein komplett Wo das auch gut aussieht, aber eher so Wie So Flens das gebaut hat Mit den Holzpfeilern Und dann eben Steine drumrum Da müssen wir mal schauen Vielleicht bauen wir auch ein Sandsteinhaus Ich finde Sandstein cool Ich weiß nicht, ob das so stabil ist Wie Stein Aber das interessiert uns eigentlich auch nicht großartig Und da wird es auch schon wieder dunkel Skandalös Dann würde ich sagen Und hier die Blume So Ah Wir können nicht essen, wenn wir auf Kisten Öfen oder sonstwas klicken Merk es dir Brennan Merk es dir Ja Dann nehmen wir mal weiter mit Wirkenholz Schmeiß mal hier rein Ähm Ja Dann würde ich sagen War es das für diese Aufnahme Session Es wird eher dunkel Und dann würde ich sagen Ich würde sagen Wenn ich das sagen würde Mache ich aber nicht Das habe ich immer wenn ich mich verabschiede Dass ich tausend Sachen wiederhole Aber naja Egal Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen Und Würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Wenn wir wieder Minecraft Together spielen Da kommt nochmal Herr Juul Um nochmal kurz ins Bild zu rutschen Jut Doch Haut mir nochmal eine runter Wahrscheinlich weil ich jetzt offline gehe Hat er ja recht Und Wir gucken noch durchs Fenster Der verschwindet nämlich jetzt in sein Erdloch Da ist er abgetaucht Klappe zu wahrscheinlich Und Dann würde ich sagen Mach mal hier auch die Klappe zu Und bis zum nächsten Mal Tschüss